Werne ist eine Stadt in Nordrhein-Westfalen, Deutschland und gehört zum Kreis Unna. Geografie Werne ist ein im Süden des Münsterlands gelegenes Mittelzentrum. Südlich der Stadt verläuft der Fluss Lippe. Dieser markiert die historische Südgrenze des Fürstbistums Münster. Das Stadtgebiet Wernes hat im Süden Anteil an der Landschaft des Lippetals, einer von Grünland geprägten Kulturlandschaft, und im Norden an den Lipperhöhen, deren offene Kulturlandschaft durch Ackerland geprägt ist. Werne ist Teil der europäischen Metropolregion Rhein-Ruhr. Dabei ist das Stadtgebiet nach dem Landesentwicklungsplan der Ballungsrands und der Metropolregion zugeordnet. Innerhalb des Verdichtungsgebiets wird die Lippeau als Gebiet für den Schutz der Natur definiert. Orientiert am Landesentwicklungsplan definiert das Bundesamt des Für Naturschutz den Innenstadtbereich und den Ortsteilstock um dem Verdichtungsraum. Ruhrgebiet zugehörig Die geringer besiedelten Flächen des Stadtgebiets einschließlich der Lippeauhe jedoch nicht. Werne liegt wegen seiner Zugehörigkeit zum Kreisuner innerhalb des Verbandsgebiets des Regionalverbands Ruhr. Ausdehnung des Stadtgebiets größte West-Ost-Ausdehnung 13,0 Kilometer Größte Nord-Süd-Ausdehnung 7,8 Kilometer Länge der Stadtgrenze 50,5 Kilometer Die Stadt Werne gliedert sich in die Kernstadt Werne und mehrere Ortsteile nebst kleineren Bauerschaften. Der einwohnerstärkste Ortsteil ist der mittlerweile mit der Kernstadt verschmolzene Ortsteil Ivenkamp. Es folgt Stockum im Osten der Stadt Richtung Hamm. Nördlich von Stockum gelangt man in den Stadtteil Horst. Von dort weiter Richtung Herbern liegt die Bauerschaft Wessel. Diese drei Ortsteile bildeten bis 1974 die ehemalige Gemeinde Stockum. Nördlich der Stadt Werne liegen die Bauerschaften Holthausen und Schmindrup. Im Westen befinden sich Ehringhausen, Farnhövel, Lenklar und Langern. Nach Bargemeinden die nächstgelegenen Oberzentren sind Dortmund in einer Entfernung von etwa 25 Kilometer und Münster ca. 40 Kilometer entfernt. Die nächste Großstadt ist Hamm. Geschichte Um 800 ließ Liüca, der erste Bischof von Münster, im Auftrag Karls des Großen am südlichen Rand des Dreingaus eine Kapelle erbauen. Dieser Akt begründet die Pfarrei Werne. Damit sollte der christliche Glaube, den die Bevölkerung zum größten Teil angenommen hatte, gefestigt und gestärkt werden. 834 wurde Werne erstmals in einer lateinischen Urkunde erwähnt. Diese beinhaltet einen Grundstückstausch zwischen einem gewissen Frithwaard und dem zweiten Bischof von Münster-Gerfried und ist heute in der Universitätsbibliothek von Leiden, Niederlande zu finden. Es heißt dort, in Pagodrögeni in Villa Quedicitur Verina. Diese urkundliche Eintragung bedeutet, dass um die Kapelle herum bereits ein kleines Gemeinwesen entstanden sein musste, das der Erwähnung wert war. Um die auf dem bischöflichen Haupthof gelegene Kirche siedelten sich vom 9. Jahrhundert bis zum 12. Jahrhundert Gewerbetreibende an. So entstand im Laufe der Zeit innerhalb der Bauerschaft Werne das Weichbild Werne. 1139 gehörten die Kirche und die Pfarrei von Werne dem neu gegründeten Kloster Kappenberg an. Werne erhielt eine steinerne Kirche im romanischen Stil. In der Zeit von 1192 bis 1195 wurde Werne zur Zollstelle erhoben und unterstand direkt der bischöflichen Gerichtsbarkeit. 1253 gründete sich das Städtebündnis zwischen Münster, Dortmund, Sust und Lippstadt gegen die Willkür der Landesherren an der Lippe Brücke in Werne. Dieses lang anhaltende Städtebündnis gilt heute noch als der Vorläufer der westfälischen Hanse. Die ersten Anfänge einer Befestigung Wernes entstanden 1302. Der Kirchhof wurde mit einem Wall und einem Graben umgeben. Werne erhielt 1362 durch seinen Landesherren, den Bischof Adolf von Münster. Die Bestätigung auf Simon-Juda einen freien Markt abzuhalten. Nachdem Werne das Befestigungsrecht erhalten hatte, wurde der gesamte Ort 1383 mit Wall, Palisaden und Graben befestigt. Werne erhielt 1385 Lk-Sekunden-Wegboldrecht. Im Jahre 1395 existierte urkundlich Werbrief bereits ein Stadtrat, Graf Adolf IV. Von der Mark brannte die Stadt 1400 nieder. Ab 1415 erhielt Werne eine vollständige Befestigung mit Mauern, Toren und Türmen. 1446 fand die erste Vereinigung der landtagsfähigen Städte im Oberstift Münster statt, darunter auch Werne. Etwa 1470 wurde Werne eine Hansestadt. Das historische Rathaus wurde in der Zeit von 1512 bis 1561 erbaut. Am 2. September 1554 zog die erste jüdische Familie in die Stadt. Seither haben bis zum Holocaust ständig Juden in den Werner Stadtgrenzen gelebt. Ende des 18. Jahrhunderts gehörte Werne zu den Städten im Oberstift Münster, die die meisten Juden im Schutze ihrer Mauern beherbergten. Ein eigener Friedhof jenseits der Stadtmauer am Schüttenwall gehörte, wie es in den Werner Ratsprotokollen vermerkt ist. Schon vor 1698 der jüdischen Gemeinde, nach der bürgerlichen Gleichstellung durch Preußen 1812, wozu Werne nach Auflösung des Oberstifts Münster gehörte, wurde von den sieben jüdischen Familien auch eine Synagoge und einige Jahrzehnte später eine jüdische Schule eingerichtet. Als die Nationalsozialisten 1933 an die Macht kamen, lebten noch 40 jüdische Einwohner in Werne, die immer mehr unter den zunehmenden Repressalien zu leiden hatten. Die Novemberpogrome 1938 zerstörten auch in Werne, wie überall in Deutschland, die letzte Hoffnung jüdischer Familien, doch noch in ihrer über Jahrhunderte liebgewonnenen Heimat Deutschland bleiben zu können. Drei jüdische Familien verließen daraufhin unter dramatischen Umständen das Deutsche Reich. Die übrigen wurden 1943 in den Konzentrationslagern ermordet. Eine einzige Überlebende kam 1945 nach Werne zurück und suchte vergebens ihren kleinen Sohn, der im Osten in einem Vernichtungslager ermordet worden war. Einer der durch Immigration überlebenden Werner Bürger schrieb Jahrzehnte später, Vergeben haben wir diesen Mördern, die nicht wussten, was sie taten. Aber vergessen kann man sowas nie. 1585 wurde der Verteidigungsgürtel der Stadt durch eine Wallanlage verstärkt. Bei der größten Feuerkatastrophe in Werne im Jahr 1586 fielen 43 Häuser den Flammen zum Opfer. Zum Beginn des 17. Jahrhunderts erhielt die Stadt das Münzrecht. Während des Dreißigjährigen Krieges zwischen 1618 und 1648 wurde Werne mehrmals besetzt, geplündert und gebrannt schatzt. Im Jahre 1623 blieb Werne eine Plünderung durch Herzog Christian von Braunschweig erspart, obwohl dieser zuvor mehrere Städte geplündert hatte. Vermutlich ist er im Nebel vom Weg abgekommen. Seit 1623 wird jährlich bis zum heutigen Tage eine Dankprozession von der Geistlichkeit zusammen mit den Werner Bürgern und den Tridischensvereinen am 2. Sonntag nach Fronleichnam durchgeführt. Der Höhepunkt des Hexenwahns führte im Amt Werne 1629 zum Tod von ca. 60 Menschen, davon mindestens 25 in Davensberg und Umgebung sowie 6 in Kapelle. In Werne selbst wurde 1619 Elsa Hillinghofer als Hexe hingerichtet. Ein weiterer Angeklagter starb im Gefängnis. 1636 und 1637 hielt die Pest in Werne Einzug und forderte 313 Tote bei rund 1000 Einwohnern. Im Jahre 1658 sandten einige Werner Ratsherren ein Gesuch an den Fürstbischof Christoph Bernhard von Galen mit der Bitte, in Werne ein Kapuzinerkloster einrichten zu dürfen. Die Kapuziner kamen 1659 nach Werne. Zwei Kapuziner Patris zogen in Werne ein. Sie bauten von 1671 bis 1673 die Kasekundenkloster und von 1677 bis 1681 die Kirche. Dass sich die Suche nach einem passenden Grundstück für den Bau des Klosters so langwierig gestalten und erst zwölf Jahre später realisieren werden würde, konnte man damals kaum abschätzen. Erst 1671 nach mancherlei Schwierigkeiten und vielen Schreiben zwischen Fürstbischof Domkapitel und Stadt Werne, wurde endlich der Grundstein zum Klostergebäude auf dem Schüttenwald zwischen Neu- und Steintor gelegt. Im September 1673 war der Bau so weit fortgeschritten, dass die erste Kapuzinerfamilie, bestehend aus dem Gardientheodat von Münster mit sechs Patris und vier Brüdern einziehen konnte. Am 10. August 1677 legte im Auftrage von Fürstbischof Christoph Bernhard von Galen der Probst von Kappenberg, Werner Theodor von Westrehm, den Grundstein zur Klosterkirche, die, geplant vom Bruder Ambrosius von Ulde, 1680 fertiggestellt wurde. Dass auch die Werner Bürger einen großen Anteil am Bau dieser Kirche hatten, wird noch heute durch das Chronogramm über dem Eingangsportal verewigt. Deo Unitrino es, es Petro e Paolo Patronis mi Benefecte resse fratres ope li laborando ex staff xant. Johann Bernhard Moorman siedelte sich 1725 in Werne an und gründete 1737 eine Brauerei und Brennerei. Die Stadt Werne litt wieder einmal an Geldmangel. Diesem ein wenig abzuhelfen, sollten die Steine der alten Stadtmauer samt Tore und Türme an den meistbietenden verkauft werden. Viele Werner Bürger nahmen im Jahre 1777 dieses Angebot, ihr Fachwerk wenigstens zum Teil durch Stein zu ersetzen, wahr. Auch die Stadt behielt einen Teil der Steine ein, um die wichtigste Straße von Werne endlich von Schlamm und tiefen Löchern zu befreien und zu pflastern. Die Stadtmauern und kleine Türme wurden 1779 abgerissen. 1821 wurde als vorletztes Tor das Burgtor 1843 Dekasekunden letzte Stadttor das Neutor abgebrochen. Die eingravierte Inschrift ist uns bis heute überliefert. 1883 wurde das Oberstift Münster als Teil des Fürstbistums Münster durch den Reichsdeputationshauptschluss aufgelöst. Werne wurde preußisch. Werne wurde 1808 durch Napoleon I., dem Großherzog Thunberg angegliedert. Es wurde eine Munizipalität Werne gebildet, der die Stadt und das Kirchspiel angehören. Die Sympathie für die Franzosen erlosch bald als Napoleon auch in Westfalen junge Männer für seinen Russland-Feldzug einziehen ließ. Im Museum ausgestellte Steckbriefe von Deserteuren aus Werne und Umgebung zeugen von dieser Zwangsrekrutierung. Nach der Niederlage in der Völkerschlacht bei Leipzig zogen die Franzosen aus dem Großherzogtum ab. Als zuvor preußischer Besitz fiel die Region schon Ende 1813 an Preußen zurück. Werne wurde 1815 der Provinz Westfalen zugeordnet. Obwohl sich der Freiherr vom Steinsee dafür eingesetzt hatte, dass Werne 1816 zur Kreisstadt des Neuen Kreises bestimmt wird, erhielt Lüdinghausen diesen Vorzug. Im Jahr 1831 wurde die bisherige Bürgermeisterei in die Stadt und die Landgemeinde Werne geteilt. Am 1. November 1922 wurde die Landgemeinde wieder in die Stadt eingegliedert. 1836 bekam Werne eine Verwaltung nach der revidierten preußischen Städteordnung von 1831. Gleichzeitig wurde aus den Gemeinden Werneland, Stockholm, Kapelle und Herban das neue Amt Werne gebildet. Herban wurde jedoch 1846 ein selbstständiges Amt. Die öffentliche Sparkasse der Stadt Werne wurde 1857 gegründet. Das St. Christophorus Hospital Werne wurde 1858 gestiftet. In den Jahren 1873 und 1874 wurde bei Bohrungen nach Kohlefeldern eine Sohlequelle entdeckt. Das Thermalbad Werne wurde eröffnet. 1878 wurde die Anlage vergrößert und die Aktiengesellschaft Thermalbad Werne gegründet. 1897 konnte die Stadt die Summe von 230.000 Reichsmark zum Ankauf des Bades nicht aufbringen, da erwarb der Georgsmarienbergwerks- und Hüttenverein die Anlage. Die Zeche Werne wurde 1899 getäuft. Dieses Ereignis stellte für die Stadt den Beginn der Industrialisierung dar. Die evangelische Martin-Luther-Kirche in der Wichernstraße wurde 1904 eingeweiht. Die Sohlequelle versiegte 1905 und wurde erst 1935 wieder erschlossen. Das neue Krankenhausgebäude an der Burgstraße wurde 1911 feierlich eröffnet. Im gleichen Jahr wurde die Stadt an das Schienennetz der Kleinbahn Unna-Kamen-Werne angeschlossen. Dies geht vor allem auf den Bergbau zurück. 1906 entstanden erste konkrete Pläne zur Verwirklichung der Eisenbahnstrecke Dortmund-Münster. Durch die Zeche hatte Werne gegenüber den anderen umliegenden Gemeinden triftige Gründe, um an diese Strecke angeschlossen zu werden. 1913 endlich begann man mit dem Bau dieser Eisenbahn, doch sollte es durch den Ausbruch des Ersten Weltkrieges und die darauf folgende Weltwirtschaftskrise in den 20er Jahren weite mehr als ein Jahrzehnt dauern. Bis die Eisenbahnstrecke Dortmund über Preußen, Lünen, Werne nach Münster fertiggestellt worden war. Am 17. Oktober 1928 wurde der Bahnhof feierlich eröffnet. Ein Film über jenes für Werne so wichtige Ereignis befindet sich noch heute im Museumsbesitz. In diesem Film ist folgender kleiner Spruch, der damals auf dem Marktplatz vor dem Werner Rathaus aufgebaut war, zu lesen. Im Ersten Weltkrieg sind 279 Werner Bürger gefallen. Das Amt Werne wurde am 1. November 1922 aufgelöst. Die Landgemeinde Werne wurde mit der Stadt Werne vereinigt. Stockholm wurde dem Amt Herbern, Kapelle dem Amt Nordkirchen angegliedert. Werne hatte nunmehr 12.000 Einwohner. Im Jahr 1926 wurde das Freibad eröffnet. 471 Werner Bürger sind während des Zweiten Weltkriegs gefallen oder in der sich anschließenden Kriegsgefangenschaft verstorben. 500 sind vermisst. Fast 4.000 Heimatvertriebene und Flüchtlinge fanden in Werne eine neue Heimat. Im Jahr 1950 hatte Werne rund 18.000 Einwohner. Im Jahr 1960 waren es 20.000. 1967 begann die umfassende Stadtkernsanierung, die mit der offiziellen Eröffnung der Fußgängerzone im Juni 1982 größtenteils abgeschlossen wurde. Das neue Rathaus, das restaurierte alte Rathaus und das neue Feuerwehrhaus wurden in den Jahren 1973 und 1974 fertiggestellt und der Bürgerschaft übergeben. Das bis heute genutzte Krankenhausgebäude am Göteweg wurde 1974 errichtet. Am 1. Januar 1975 trat die kommunale Neugliederung in Kraft. Der Kreis Lödinghausen wurde aufgelöst. Werne wurde dem Kreis Unna und dem Regierungsbezirk Arnsberg zugeordnet. Die bislang eigenständige Gemeinde Stockholm wurde nach Werne eingegliedert. Die Einwohnerzahl der Stadt erhöhte sich durch die rund 4.000 Stockumer Neubürger auf 25.500. 1975 wurde die Zeche Werne, die vor Beginn der Kohlekrise rund 4.000, zuletzt 2.000 Arbeitsplätze hatte, geschlossen. Am 19. März 1976 gab die Stadt einem Ratsbeschluss folgend den Zusatz a. Die Lippe auf und heißt seither wieder Werne, wie es seit dem Mittelalter Tradition war. 2006 fand eine Wiedereinführung des Zusatzes im Rat der Stadt keine Mehrheit. Jedoch soll der Zusatz an der Lippe vor allem bei Aktivitäten der Tourismuswerbung und der Stadtmarketings genutzt werden. 1.980-81 wurde das Karl-Polländer-Stadtmuseum mit Stadtarchiv eröffnet. Die Wiedereröffnung der Stadtbücherei im alten Steinhaus Moormann erfolgte im Jahre 1983. Nach völliger Umgestaltung wurde das Natur-Solibat schließlich im Jahre 1988 neu eröffnet. 1991 wurde dann noch ein Gradierwerk in der Stadtparkanlage am Stadtsee errichtet. Das Solibat ist seit Anfang 2015 geschlossen. Ein Neubau, voraussichtliche Eröffnung Anfang 2020 ist vorgesehen. Einwohner im Jahre 1988 hatte Werne 29.500 Einwohner auf 7.607 Hektar Fläche. Im Jahre 2000 waren es 32.100 Menschen. Während im Zeitraum 1980 bis 2012 die Einwohnerzahl im gesamten Ruhrgebiet Trotz der zwischenzeitlichen Zuwächse nach der Wiedervereinigung 1990 um etwa 10% abnahm, stieg im gleichen Zeitraum die Einwohnerzahl Wernes antizyklisch um ca. 20% von Rd. 25.000 auf etwa 30.000 an. Jedoch ist ab 2000 auch in Werne ein leichter Rückgang der Einwohner zu verzeichnen. Das ITNRW prognostiziert die Einwohnerzahl für Werne im Jahr 2030 auf 24.781 was einem prozentualen Rückgang GGU 2015 um fast 20% ausmachen würde. Im Gegensatz dazu prognostiziert die Bertelsmann Stiftung im Juli 2015 eine Einwohnerzahl von immer noch Rd. 27.500 mit hin knapp 3.000 mehr als die ITNRW Prognose. Die folgende Tabelle zeigt die Einwohnerentwicklung Wernes bis zur kommunalen Neugliederung 1975 auf. Im Jahr 1987 hatte die Stadt insgesamt 28.056 Einwohner. Am 31. Dezember 2012 lebten in Werne 29.578 Einwohner. Die Einwohnerzahl der Stadt Werne stieg von 1974 bis 2003 um ca. 23% an. Der Ausländeranteil betrug im Jahr 2003 ca. 5%. Im selben Jahr stellt der Ortsteil Stockholm mit 4760 Einwohnern 14,6% der Werner Bevölkerung. Der Anteil der katholischen Bevölkerung belief sich auf 57,4%. Der Anteil der evangelischen Bevölkerung auf 25,0%. 17,6% waren konfessionslos oder gehörten einer anderen Glaubensrichtung an. Religion Katholische Kirchengemeinde Am 1. Dezember 2013 fusionierten diese beiden Gemeinden zur neuen Gemeinde Sankt Christoph Horus Werne. Sie gehört zum Bistum Münster. Die evangelische Kirchengemeinde Werne umfasst das Gebiet der Stadt Werne und des Ortsteils Herbern der Gemeinde Ascheberg. Sie gliedert sich in drei Gemeindebezirke, Martin Luther Kirche, Dietrich Bonhoeffer Kirche, Evangelisches Gemeindezentrum Stockholm, Auferstehungskirche Herbern. An der Waldstraße 22a hat die christliche Gemeinde Werne ihr Gemeindezentrum, Politik und Gesellschaft. Die Stadt Werne war auf kommunaler Ebene bis zu den Kommunalwahlen 2004 eine traditionell stark christdemokratisch geprägte Gemeinde. Aufgrund interner Streitigkeiten zwischen dem Bürgermeister Meinhard Wichmann und Teilen der CDU-Ratsfraktion, gefolgt von Querelen bei der Aufstellung eines neuen Bürgermeisterkandidaten, musste die CDU bei der Kommunalwahl 2004 deutliche Stimmenverluste hinnehmen. Hiervon konnte insbesondere die FDP profitieren, die in Werne seit 1975 nie mehr als 3,7% erzielte. Bei der Bundestagswahl 2005 war die SPD mit 41,2% der Zweitstimmen um 3,6% Punkte stärker als die CDU. Zusammensetzung des Stadtrats nach den Kommunalwahlen am 30. August 2009 und am 25. Mai 2014. 1 Grüne 1984 und 1989 Grüne ab 1994 Zu den Kommunalwahlen 2004 trat der 1999 mit 69,9% gewählte Bürgermeister Meinhard Wichmann nicht zur Wiederwahl an. Erstmals nach Kriegsende wurde daraufhin mit Rainer Tappe ein SPD-Politiker zum Bürgermeister der Stadt gewählt. 2009 und 2014 konnte dann der Einzelbewerber Lothar Christ jeweils im ersten Wahlgang die Wahl für sich entscheiden. Bürgermeister seit 1945 1945 Karl Braukhoff parteilos 1945-1958 Theodor Wenning CDU 1958-1984 Franz Josef Grube CDU 1984-1999 Wilhelm Löw CDU 1999-2004 Mein Hartwig Mann CDU 2004-2009 Rainer Tappe SPD 2009-2014 Lothar Christ parteilos Das offiziell 1924 eingeführte Wappen von Werne zeigt einen Schild mit einem gold-rot-goldenen Balken Wappen. Dieses Wappen wurde von den Grafen von Kappenberg als Grafen des Dreingaus bis 1122 verwendet. Nachdem die Besitzungen der Kappenberger Grafen an den Bischof von Münster gegangen waren, kann das Wappen ab ca. 1300 als fürstbischöfliches Wappen des Stifts Münster nachgewiesen werden. Zeitweilig zierte das Wappen auch der Stadtsiegel von Münster. Das älteste bekannte Siegel der Stadt Werne stammt aus dem Jahr 1400 und zeigt das Wappen mit Seinkt Christophorus dem Schutzpatron der Stadt. Auch heute findet man Darstellungen, in denen der heilige Christophorus mit Christuskind und Wappen gezeigt wird. Auch steht eine Statue vom Seinkt Christophorus im See am Krankenhaus. Ähnliche Wappen, die auch auf die geschichtliche Verbindung mit dem Bistum Münster zurückgehen, finden sich z.B. bei den Landkreisen Borken und Steinfurt oder den Städten Meppen Olfen und Reine. Das goldrot-goldene Motiv ist ebenfalls Bestandteil des bischöflichen Wappens von Felix Gendt, dem derzeitigen Bischof von Münster. Städtepartnerschaften Balliö, Frankreich seit 1967, Le Amseingt, Annes England seit 1984, Küritz Brandenburg seit 1990, Wal CZ Polen seit 1992, Poggi Bunsi Italien seit 2000, andere Partnerschaften Schnellboot 77 Dachs seit 1976.